OmniKroma vom Entwicklungspionier Tokoyama Dental zum ersten Mal gibt es so viele Weißtöne wie es Menschen gibt in einem einzigen Composite denn erstmalig entsteht Farbe aus Licht OmniKroma ist weltweit das erste Composite welches mit nur einer einzigen Spritze oder einem einzigen Cap den gesamten Zahnfarbraum abdecken kann und das sogar stufenlos von A1 bis D4 das Phänomen dieser einzigartigen Farbanpassung wird möglich durch die neu entwickelte Smart Chromatic Technology dabei wird komplett auf Farbpigmente verzichtet stattdessen nutzt OmniKroma das natürliche Prinzip der strukturellen Farbe deutlich wird dieses Prinzip im Vergleich bei herkömmlichen Compositen wird die Zahnfarbe mit Hilfe von Farbpigmenten nachempfunden trifft Licht auf das Composite werden die darin enthaltenen Farbpigmente reflektiert und vom Auge wahrgenommen im Gegensatz dazu besteht das OmniKroma Composite aus einer homogenen Perlenstruktur mit sphärischen Füllkörpern von exakt 0,26 Mikrometern dadurch wird ein einzigartiger Effekt erreicht die gezielte Lichtbrechung erzeugt strukturelle Farbe im Bereich Gelb-Rot gleichzeitig wird die umgebende Echtzahnfarbe reflektiert das Auge nimmt eine naturgetreue Nachahmung der Echtzahnfarbe wahr nach der Aushärtung wird OmniKroma Semitransluzent und erreicht eine herausragende Farbanpassung sogar bei gebleacheden Zähnen die Schlüsseltechnologie für OmniKroma kommt aus dem Tokoyama Forschungszentrum in Japan bei der herkömmlichen Herstellung von Compositen werden Glasmaterialien gemahlen in der 20.000 fachen Vergrößerung wird sichtbar die entstandenen Füllkörper unterscheiden sich deutlich in Form und Größe Tokoyama Dental setzt auf eine völlig andere Technologie hier werden die Füllkörper nach dem Zuchtperlenprinzip gewonnen mit der Solgel Methode werden sphärische Füllkörper schrittweise ummantelt bis sie exakt die Größe von 0,26 Mikrometern erreicht haben nur in dieser optimalen Größe entsteht der gewünschte Farbanpassungseffekt diese homogene Perlenstruktur ist der Grund für eine weitere herausragende Eigenschaft von OmniKroma schneller lang anhaltender Glanz auch das wird deutlich im Vergleich bei den typischen gemahlenen Füllstoffen trifft das Licht auf sehr unregelmäßige Oberflächen die das Licht diffus streuen und daher entsprechend matt wirken bei OmniKroma entstehen dank der Submicro Pearl Technology besonders glatte Oberflächen denn das Licht wird einheitlich reflektiert wie beim Spiegel das Ergebnis ist ein natürlich hoher Glanz und das bereits nach sehr kurzer Polierzeit OmniKroma ein Composite mit einzigartigen Eigenschaften OmniKroma tausend Farben weiß in einer Spritze in einem Cap Runders Vielen Dank.